Welcome up Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT hilft GGMBH. Umgang mit Alkohol und Drogen in Deutschland In Deutschland ist alkoholfrei und zu vergleichsweise günstigen Preisen in fast allen Lebensmittelgeschäften und Restaurants erhältlich. Gerade deshalb gibt es beim Konsum von Alkohol ein paar Regeln zu beachten. Ab 16 Jahren darf man weniger starken Alkohol wie Wein, Bier und Sekt erwerben. Ab dem 18. Lebensjahr darf man auch stärkere Spirituosen wie Schnaps und Liköre kaufen. Wein und Bier wird auch begleitend zum Essen getrunken. Übermäßiger Konsum von Alkohol und öffentliche Trunkenheit sind in Deutschland nicht gern gesehen. Alkohol im Übermaß konsumiert verändert nämlich die Wahrnehmung und das Verhalten sehr stark. Körperlich kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen, aber insbesondere zu Sehstörungen und Gleichgewichtsproblemen. Die Reaktion, die Alkohol auslösen kann, gehen von Sprachstörungen über erhöhte Aggressionsbereitschaft bis zum Verlust der Selbstkontrolle und Erinnerungsverlusten. Unter Alkohol- oder Drogebeinfluss Auto zu fahren ist ebenfalls streng verboten. Stark alkoholisierte Menschen, die sich in der Öffentlichkeit auffällig verhalten können, zu ihrem eigenen Schutz von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, bis sie wieder nüchtern sind. Tabak und Zigaretten sind in Deutschland für Volljährige über 18 Jahren frei verkäuflich. Sie können zum Beispiel in Supermärkten, Zeitungsläden und Tankstellen gekauft werden. In öffentlichen Gebäuden wie Restaurants, Schulen, Ämtern oder Bahnhöfen herrscht Rauchverbot. Ausnahmen bilden die eindeutig markierten Raucherzonen. Auf der Straße darf geraucht werden. Die Zigaretten müssen aber vor dem Wegwerfen gelöscht und in einen Mülleimer oder Aschenbecher entsorgt werden. Sie sollten nicht auf die Straße und besonders nicht in die Natur geworfen werden. Zigaretten sind in Deutschland recht teuer, weshalb viele illegale Straßenhändler zuweilen geschmuggelte Zigaretten anbieten. Der Kauf und Verkauf dieser Zigaretten ist, genau wie das Schmuggeln, verboten. Zudem enthalten diese Zigaretten oft zusätzlich stark gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe. Der Besitz und Verkauf von Drogen ist in Deutschland streng verboten. Trotz strengen Verbotes gibt es in Deutschland illegale Straßenhändler, die Drogen gesetzeswidrig verkaufen. Drogensüchtige und Alkoholabhängige können eine Therapie bekommen. Zum Erhalt eines Therapieplatzes können sie sich an einen Arzt wenden. Zudem gibt es viele Beratungszentren und Selbsthilfegruppen, die dazu Hilfe anbieten.